Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte liebe Frau Hartmann, sehr geehrte liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, Sie haben um einen motivierenden Vortrag gebeten. Ich will einen realistischen Vortrag geben und das heißt, dass wir die Probleme nicht leugnen, aber dass wir uns von diesen Problemen auch nicht ins Bockshorn jagen lassen, sondern dass wir bereit sind, diese Probleme zu lösen. Als ich in den Deutschen Bundestag kam, da haben uns die Experten, die Ökonomen gesagt, dass Deutschland seine besten Jahre hinter sich hat, dass die deutsche Einheit missraten sei, dass wir eine dauerhafte Deindustrialisierung der neuen Länder zu befürchten hätten, dass wir nach jeder Wirtschaftskrise eine Million Arbeitslose mehr hätten, dass wir dringend die 35- oder die 30-Stunden-Woche bräuchten, natürlich mit vollem Lohnausgleich, damit die Arbeitnehmer daraus keinen Nachteil haben und vieles andere mehr. Wenn wir uns damals darauf verlassen hätten, dann hätten wir heute eine Staatsverschuldung, die uns die Luft zum Atmen nimmt. Dann hätten wir heute eine Massenarbeitslosigkeit, die die Stabilität des Landes gefährden würde. Und deshalb war es richtig, dass wir damals gegen den Rat vieler, die sich für Experten hielten, bereit waren, die Ärmel hochzukrempeln und etwas zu verändern. Und deshalb will ich sagen, ich weiß, dass es viele Probleme gibt, die nicht gelöst sind. Ich weiß, dass die Strompreise in Deutschland zu den höheren in Europa gehören, für die privaten Verbraucher zu den höchsten. Für die energieintensiven Unternehmen sieht es anders aus. Da haben wir für Abhilfe gesorgt. Viele Mittelständler allerdings, die die Schwellenwerte nicht erreichen, stöhnen unter dieser Belastung. Es gibt zu viel Bürokratie. Ich komme auch darauf noch zurück. Es gibt in vielen Bereichen mangelnde Einsicht in ökonomische Zusammenhänge, seitens derer die Entscheidung zu treffen haben. Ja, das ist alles richtig. Aber richtig ist auch, dass wir den Turnaround geschafft haben in Deutschland. Wir hatten in den 90er Jahren jedes Jahr Hunderttausende, insgesamt Millionen von Arbeitsplätzen verloren. Und die Arbeitslosigkeit schon in der alten Bundesrepublik, 73, im Jahre 73 die erste Million, im Jahre 80 die zweite, im Jahre 90 nach der Einheit die dritte, zur Jahrtausendwende die vierte und als Gerhard Schröder das Handtuch geworfen hat 2005, fünf Millionen Arbeitslose. Und heute haben wir nicht mehr fünf, nicht mehr vier, nicht mehr drei. Wir haben zweieinhalb Millionen Arbeitslose in ganz Deutschland. Wir haben in den neuen Bundesländern Wirtschaftswachstum. Nicht so viel, wie ich persönlich mir wünschen würde. Aber wenn ich das mit Dresden vergleiche und dann haben wir alleine, mit Sachsen vergleiche, haben wir alleine in Sachsen seit dem Jahre 2000 eine Steigerung der Wirtschaftsleistung um 20%. Die Industrie, die als industrieller Kern in den neuen Ländern natürlich nicht mehr so groß ist wie in den alten Ländern, aber die Industrie ist heute modernisiert. Wir haben wettbewerbsfähige Arbeitsplätze geschaffen und der Exportanteil der Industrie in den neuen Bundesländern ist 41%. Das ist mehr, als er 1999 in der alten Bundesrepublik Deutschland im Westen war. Und damals haben wir uns schon als Exportweltmeister nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt. Und heute hat die Industrie hierzulande aufgeschlossen. Und ich sage mit ganzem Ernst und mit aller Seriosität, wir haben ein Interesse daran, dass wir unsere industriellen Kerne nicht nur erhalten, sondern stärken. Es geht mir nicht um die großen Konzerne. Es geht mir um mittelständische Wirtschaft. Es geht mir darum, dass wir geschlossene Wertschöpfungsketten in Deutschland haben. Und dass wir durch diese geschlossenen Wertschöpfungsketten jedem und jeder die Möchtigkeit bieten, sich zu entfalten und ihren Anteil an der Wertschöpfung zu sichern. Ich komme auf die Situation in Ostdeutschland nochmal zurück. Aber ich will vielleicht aber dieses Jahr 70 Jahre Marktwirtschaft gefeiert haben mit der Bundeskanzlerin, mit Olaf Scholz, mit mir als Bundeswirtschaftsminister und den Ludwig-Erhard-Saal eingeweiht haben und Ludwig-Erhard gewürdigt haben. Ich will an der Stelle noch einmal sagen, ja, wir brauchen eine Renaissance der sozialen Marktwirtschaft, Frau Hartmann. Sie haben völlig recht. Und ich bin an Ihrer Seite. Ich habe das gefordert bereits in der Regierungserklärung und ich werde dazu eine Charta der sozialen Marktwirtschaft vorlegen, weil ich tiefst davon überzeugt bin, dass die Marktwirtschaft jedem anderen Wirtschaftssystem haushoch überlegen ist. Und wir können das sehen an zwei Dingen. Zum einen, dass in China nach 60 Jahren der Armut und der Misere denkt Xiaoping den Mut hat, im Jahre 88 die Marktwirtschaft einzuführen. Und da hat man ihn gefragt, ob er als Kommunist denn verantworten könne, Marktwirtschaft zu praktizieren und zwar nicht soziale Marktwirtschaft, sondern die reine Marktwirtschaft. Und dann sagte er, mir ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Und die Katze Marktwirtschaft fängt in China seither Mäuse ohne Ende. Die chinesische Wirtschaft ist gewachsen um 10, 15, 12, 7 Prozent derzeit im Jahr mit dem Ergebnis, dass wir heute dort eine Mittelschicht sehen und einen Mittelstand sehen, den es in dem Land vorher nie gegeben hat und dass viele Arbeitnehmer und ihre Familien über einen bescheidenen Wohlstand empfinden, der es ihnen ermöglicht, am Fortschritt und am Leben in unserer Zeit zu partizipieren. Und als die Mauer fiel, da haben wir eben Marktwirtschaft nicht nur in den neuen Ländern und nicht nur in Osteuropa gesehen. Die Marktwirtschaft hat seither ihren Siegeslauf rund um den Planeten angetreten. Und mit großem Erfolg, ob es Vietnam ist oder Indien, ob es Indonesien ist oder Malaysia, ob es Singapur ist oder irgendein anderes Land hat, in Südostasien, in Südkorea natürlich, in Latein- und Mittelamerika und bislang noch nicht hinreichend und nicht ausreichend in Afrika, was ein Thema ist, mit dem sich die Politik auch in Zukunft beschäftigen muss. Denn es kann uns nicht gleichgültig sein, ob dieser große afrikanische Kontinent im Elend versinkt. Es kann uns auch nicht gleichgültig sein, wie es mit der Welt und ihren ökologischen Grundlagen weitergeht. Und wenn manch einer fragt, warum machen wir das denn mit dieser Energiewende, hätten wir nicht allen Grund vielleicht, wir haben ja genügend Braunkohle, wir haben genügend Steinkohle, auch wenn wir sie in Deutschland nicht mehr fördern. Das heißt, wir könnten die nächsten 200 Jahre den gesamten Energiebedarf der Welt mit Gas, Steinkohle und Braunkohle decken. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sieben Milliarden Menschen, acht Milliarden irgendwann in den nächsten Jahren, ihren Lebensstandard so entwickeln, durch ihre eigene Hände, aber wie uns das gelungen ist in Deutschland, Frankreich, den USA, mit dem gleichen Verbrauch an fossiler Energie, wie das bei uns der Fall ist und der Fall war in den letzten Jahrzehnten, dann würde es die Leistungsfähigkeit unseres Ökosystems überfordern. Und dann würden wir ersticken an dem eigenen industriellen und ökonomischen Erfolg der allermeisten Länder dieser Welt. Ich war ein junger Mensch und Student, als wir damals entscheiden mussten, ob wir die Rauchgasentschwefelung der Kohlekraftwerke einführen und ob wir den geregelten Dreiwegekatalysator und das bleifreie Benzin einführen. Damals haben viele in der Automobilindustrie gesagt, wenn ihr das tut, ist es das Ende der Automobilindustrie. Und die Energiewirtschaft hat gesagt, es ist das Ende der Kohlekraftwerke. Und wir haben damals gesagt, wenn wir weiteres Wachstum wollen und weiteren Wohlstand wollen, dann müssen wir das tun und heute fahren in unseren Städten viermal, fünfmal so viele Autos wie damals und wenn die alle das Blei in die Luft pusten würden, wie sie es vor dieser Zeit gemacht haben, dann wäre die Lebensqualität in unseren Städten heute eine ganz andere, als sie tatsächlich ist. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir notwendige Rahmenbedingungen schaffen und wir müssen dafür sorgen, dass sich die Marktwirtschaft entfalten kann. Und das ist in der Tat, und da bin ich ganz bei Frau Hartmann in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen, und deshalb brauchen wir erstmal eine Überzeugung der Menschen und der Politiker in diesem Land von der Richtigkeit und der Notwendigkeit dieses Modells. Jetzt wissen Sie, Günter Mittag war mal der Chef der Zentralen Planbehörde der DDR. Und wenn Günter Mittag eine Entscheidung getroffen hat, dass im nächsten Jahr alle Sandalen, die produziert werden in den VEBs, grün sind und die Leute haben sie nicht gekauft, dann haben darunter 15 Millionen Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR zu leiden gehabt. Wenn ein Unternehmer, der Sandalen produziert, eine Sandale anbietet, die grün ist und nicht gekauft wird, ist er im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr da. Aber dann ist ein anderer Unternehmer da, der Sandalen produziert, die den Menschen gefallen und die sie mögen und die sie kaufen. Das heißt, wir verlagern in der Marktwirtschaft das Risiko von Fehlentscheidungen auf den Einzelnen. Und wir machen den Einzelnen, den Unternehmer und den Kunden zum Schiedsrichter darüber, was gut und was richtig ist und was falsch ist und nicht irgendeinen Beamten am grünen Tisch im Ministerium. Ich habe einen hohen Respekt von meinen Beamten. Aber die Beamten haben eben keine Begabung für Betriebswirtschaft und sie haben keine Begabung, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, sonst hätten sie sich nämlich selbstständig gemacht und hätten sich nicht für den öffentlichen Dienst beworben. Und deshalb, meine Damen und Herren, wird es nur funktionieren, wenn wir bereit sind, der Marktwirtschaft ihren Gestaltungsspielraum zu geben. Ich habe als Kanzleramtsminister häufig die Situation gehabt, dass mich jemand angerufen hat, ein CEO eines großen DAX-Unternehmens und sagte, Herr Altmaier, wir wollen das und das Unternehmen kaufen oder verkaufen, was hält denn die Bundesregierung davon? Dann habe ich gefragt, habt ihr euch das gut überlegt? Und wenn die gesagt haben, ja, habe ich gefragt, was kostet es denn? Und vielleicht noch hinterher gefragt, ist das nicht ein bisschen viel? Und dann haben die gesagt, nö. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr müsst es besser wissen als ich. Ich kann es nicht beurteilen, ihr müsst den Kopf hinhalten für diese Entscheidung und ich halte meinen Kopf hin, dass solche freien unternehmerischen Entscheidungen auch in Zukunft möglich sind. Ich habe mich noch nie in die betriebswirtschaftliche Entscheidung eines Unternehmens eingemischt. Es sei denn dort, wo es gesellschaftspolitische Auswirkungen hat, also ob ein Weltkonzern wie Siemens sich beispielsweise weitestgehend aus den neuen Bundesländern zurückzieht, ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, sondern ist eine volkswirtschaftliche Entscheidung, die für den Zustand und das Schicksal des Landes insgesamt von großer Bedeutung ist. Und wir müssen, wenn wir diese Marktwirtschaft erhalten wollen, dann müssen wir eben auch dafür sorgen, dass Voraussetzungen erfüllt werden, die die Marktwirtschaft von sich aus gar nicht schaffen kann und die der Staat auch nur anregen, aber nicht leisten kann. Zum Beispiel die, dass es genügend Selbstständige gibt, die bereit sind, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Das ist ein Thema, das mich umtreibt, weil die Zahl der Menschen, die sich neu selbstständig machen, seit einiger Zeit zurückgeht. Ich halte das für ein ganz großes Drama, denn ohne Selbstständige, ohne Menschen, die den ganzen Tag nur darüber nachdenken, wie sie neue Ideen und wie sie besser werden können mit ihren Produkten und ihren Dienstleistungen an den Mann und an die Frau bringen, werden wir den Fortschritt in diesem Land und die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land nicht aufrecht erhalten. Und deshalb habe ich angekündigt, dass ich in diesem Jahr noch, konkret im Oktober, eine Gründeroffensive starten möchte, weil ich möchte, dass mehr junge Menschen dazu ermuntert werden, sich selbstständig zu machen. Dazu brauchen wir Förderprogramme, dazu brauchen wir Informationen. Wir haben eine Gründerplattform bereits freigeschaltet, zusammen mit der KfW. Aber vor allen Dingen brauchen wir einen Mindchange. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Und das betrifft die Rolle des Unternehmers oder der Unternehmerin in der Gesellschaft. Wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn wir heute in irgendeine Kommune gehen, im Westen oder im Osten des Landes und dann macht der Bürgermeister im Januar einen Neujahrsempfang oder im Sommer einen Sommerempfang und dann werden die Sportler ausgezeichnet, die besonders schnell gelaufen sind oder besonders weit geworfen haben, dann wird die Feuerwehr und das Rote Kreuz gewürdigt, völlig zu Recht, denn ohne das Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft nichts. Ich sage aber und füge hinzu, ich würde mir wünschen, dass dann auch viel öfter gewürdigt würde, wenn ein Unternehmer, ein Mittelständler es schafft, fünf oder sechs Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, die Zahl seiner Beschäftigten um zehn oder zwanzig zu erhöhen, eine neue Ansiedlung zu eröffnen, dass man diesen Mann auf die Bühne bittet oder diese Frau, dass man dieses Engagement würdigt. Denn wenn ein Unternehmer Tag und Nacht arbeitet, sein persönliches Vermögen und das vielleicht seiner Familie aufs Spiel setzt, weil er eine Idee hat, von der er glaubt, dass sie funktioniert und wenn er am Ende dann vielleicht ein etwas größeres Haus hat, ein größeres Auto und vielleicht ein Boot auf dem Müggelsee oder auf der Müritz hat, mit dem er seine Freizeit verbringen kann, aber er hat Menschen Arbeit gegeben, er hat Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze geschaffen, dann ist das kein geldgieriger Kapitalist, sondern es ist jemand, der sich um das Gemeinwohl dieses Landes verdient gemacht hat. Und das müssen wir öffentlich anerkennen und wir müssen es würdigen, ansonsten werden die Menschen diesen Weg nicht mehr gehen. Und da müssen wir diesen Unternehmern auch, was die Rahmenbedingungen angeht, Gewissheiten geben. Schauen Sie, Frau Hartmann hat das Thema Bürokratie erwähnt, das macht mich rasend, weil auf der einen Seite es ganz unbestreitbar ist, dass es viel zu viel Bürokratie gibt und auf der anderen Seite aber ganz schwer ist für einen Politiker, sie zu identifizieren und zu sagen, das und das ändern wir. Das fängt schon damit an, wenn mich jemand anspricht, das war in dem Fall kein Unternehmer, sondern einer der Jugendaustausch organisiert, der sagt, wenn ich Formulare für Zuschüsse durch die Europäische Union für meinen Jugendaustausch mit Dänemark ausfüllen würde, dann waren das früher vier Seiten, heute sind es 40 Seiten oder 60 Seiten und ich weiß nicht mehr, wo ich die Zeit hernehmen soll, um diese ganzen Formulare richtig auszufüllen und habe immer noch das Gefühl, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis, weil ich irgendwo unbeabsichtigterweise einen Fehler gemacht habe. Und das treibt mich um und bedrückt mich, wenn ich die jungen Menschen sehe, die von den Hochschulen für Technik und Wirtschaft kommen, die ihren Meisterbrief gemacht haben, die ihr Diplom haben und die voller guten Willens sind, ihren Beitrag zu leisten und ihr Glück zu suchen und dann stellen sie fest, dass sie eigentlich das falsche Fach studiert haben, denn sie müssen den ganzen Tag irgendwelche Gesetze und irgendwelche Verordnungen und Richtlinien anschauen und einhalten und viel Geld dafür bezahlen, wenn andere es für sie machen, weil es alles so reguliert ist, dass sie eben nicht mehr dazu kommen, ihr Geld zu verdienen und ihr Geschäft zu führen, sondern den ganzen halben Tag sich mit diesen bürokratischen Dingen herumschlagen. Und das müssen wir ändern. Die Frage ist nur wie. Und deshalb bin ich für Vorschläge dankbar, aber ich glaube, wir müssen es auch grundsätzlich ändern. Schauen Sie, es gibt Länder um uns herum, wie Estland, die haben ein System, wo fast alle Schriftverkehre zwischen dem Unternehmer und dem Staat elektronisch erfolgen über das Internet und auch zwischen dem privaten Bürger und dem Staat. Und der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass eine Information und ein Datum, das ich einmal dem Staat gegeben habe, auf diese Art und Weise, ich ihm nie wiedergeben muss, weil er es dann zu wissen hat, weil es dem Staat bekannt ist. Das fängt mit dem Geburtsdatum der Kinder an, bezieht sich auf Kerndaten ihrer Unternehmen, führt dazu, dass sie ihre Steuererklärung bereits vorgefertigt und fertig erhalten und sie nur kontrollieren müssen und vieles andere mehr. Die Esten haben alleine durch die Einführung der elektronischen Signatur einen Wirtschaftswachstumsimpuls von zwei Prozent erzielt. Und sie haben es erreicht, dass Bürokratie abgebaut worden ist, sie haben es erreicht, dass die Menschen zufriedener sind. Und wenn ich dann sehe, dass wir bei uns zu Hause darüber diskutieren, ob ein kleines, das ist dann ja ein kleines Land von zwei Millionen ist, die könnten sowas leichter, und dann sage ich, halte ich für eine absolut unsinnige Behauptung, denn wenn ein kleines Land mit zwei Millionen das kann, dann muss ein Land mit 82 Millionen das erst recht können. Mit all dem, was wir haben. Ich sage Ihnen zu, dass wir dieses Bürgerportal machen werden, wo alle diese Dienstleistungen elektronisch verfügbar sind, wo die ganzen Statistikpflichten und Dokumentationspflichten, wo so weit wie möglich all das, wenn es nicht abgeschafft werden kann, wenigstens entsprechend abgewickelt werden kann, ohne dass der Unternehmer ständig die Zeit aufwenden muss. Horst Seehofer ist der federführende Minister für das Bürgerportal. Ich bin der federführende Minister für den Teil, der die Wirtschaft und die Unternehmen und den Mittelstand betrifft, und wir werden mit Hochdruck daran arbeiten. Und dann brauchen wir auch eine andere Gesetzgebungskultur. Wissen Sie, den Mindestlohn, den Sie angesprochen haben, das ist vielleicht hier in den neuen Ländern nicht so populär, aber ich sage mal, insgesamt war der Mindestlohn als Mindestlohn gar nicht so ein großer Sündenfall, weil wir festgestellt haben, dass die Arbeitsplätze nicht weggefallen sind, sondern dass sogar neue Sozialversicherungspflichtige entstanden sind. Der Sündenfall war die Bürokratie. Und der Sündenfall waren die Dokumentationspflichten. Und wenn ich das sehe als Bundestagsabgeordneter, was ich abzeichnen muss an Stundenplänen und abgeleisteten Stunden von Mitarbeitern, die ich noch nicht mal kontrollieren kann, weil ich die meiste Zeit in Berlin bin und die im Wahlkreisbüro sind die ganze Zeit im Saarland, und dann frage ich mich, wie das sich anfühlt für die Unternehmen, die damit beteiligt sind. Und das ist eine grundsätzliche Unterscheidung in den Genen zwischen einem guten Gewerkschafter, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Gewerkschaften, um Gottes Willen, aber einem guten Gewerkschafter und Sozialdemokraten, wenn ich dem sage, ich habe ein Gesetz aus acht Paragrafen und dann noch 2000 Seiten Anwendungsvorschriften, dann leuchten die Augen, dann sagt er, dann muss das Gesetz ja gut sein. Weil wir nämlich dann auch verhindern können, dass fünf oder zehn Prozent dieses Gesetz nicht anwenden und sich in die Büsche schlagen. Und ich sage, wenn ich das einem Mittelständler erzähle, dann kriegt er davon Pickel. Und ich finde es auch nicht richtig. Wir werden kein Gesetz haben, was zu 100 Prozent akkurat angewendet und durchgeführt wird. Aber wir können doch nicht, weil fünf Prozent oder drei Prozent der Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten, 100 Prozent der Menschen mit solchen bürokratischen Pflichten belegen. Und deshalb brauchen wir einen anderen Approach und einen anderen Ansatz. Und das werden wir tun. Wenn ich über die Rahmenbedingungen spreche, dann meine ich, meine Damen und Herren, dass wir auch Klarheit haben müssen über das, was der Staat im Unternehmen nimmt, nimmt, weil wir natürlich den Staat auch finanzieren müssen durch Steuern und Abgaben und das, womit der Unternehmer aber rechnen kann, dass man es ihm nicht nimmt. Ich kenne keinen Unternehmer, der sagt, ich möchte null Steuern zahlen. Er versucht es mit dem Steuerberater vielleicht in die Richtung zu bringen, wenn es irgendwie geht. Aber die allermeisten Menschen kapieren schon, dass eine gute Infrastruktur, eine gute Bildung, ein gutes Gesundheitssystem nicht umsonst zu haben sind. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns, meinen ehemaligen Mitarbeiter im Bundesfinanzministerium, den Finanzminister des Landes Sachsen, Herrn Hass. Herzlich willkommen. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir uns auch über die Verlässlichkeit von Rahmenbedingungen unterhalten. Wir haben uns diese Nacht im Koalitionsausschuss darauf verständigt, das Rentenpaket zu machen. Und wir haben Gott sei Dank keine Festlegung getroffen für das Jahr 2040 für das Rentenniveau, weil sie verantwortlich gar nicht zu treffen ist. Wir haben Festlegungen getroffen für die absehbare Zeit, das war richtig. Aber wir haben auch eine Festlegung getroffen im Koalitionsvertrag, dass wir gesagt haben, die Sozialversicherungsabgaben dürfen nicht über 40 Prozent oder nicht auf 40 Prozent steigen. Und wenn ich dann sehe, wie dann die zuständigen Minister das in der Presse erklären, dass sie sagen, für die Arbeitslosenversicherung senken wir den Beitrag um 0,5, für die Pflegeversicherung steigt er um so und so viel, bei der Rentenversicherung wissen wir es noch nicht so genau, dann machen wir einen Korridor, bei der Krankenversicherung ist es wieder anders. Ja, ich frage mich, wie ein mittelständischer Unternehmer da Klarheit haben soll, welche Belastungen auf ihn zukommen. Und wenn ich in der zweiten Jahreshälfte eine Charta der Marktwirtschaft vorlege, und dann werde ich dort Vorschläge machen, dass wir uns eben in der Politik auch darauf verständigen, dass wir das, was wir gelernt haben, tatsächlich umsetzen und verbindlich machen. Und ich habe gelernt aus den letzten 24 Jahren, die ich im Bundestag bin, dass eine Wirtschaft, Volkswirtschaft, wo es gar keine Steuern oder nur niedrige Steuern gibt, eine öffentliche Armut erzeugt, die wir nicht wollen. Und wenn man aber die Steuern und die Sozialabgaben über ein bestimmtes Niveau hinaus erhöht, weil man den Menschen Gutes tun will, und dann verliert der Unternehmer die Lust an der unternehmerischen Tätigkeit. Dann richtet er seine Energie darauf, diese Steuern und Abgaben zu vermeiden, wenn es irgendwie geht, oder er verlagert seine Geschäftstätigkeit in andere Länder oder er stellt sie ganz ein. Und dann sind alle die Verlierer. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Niveau von Belastung erreicht haben, das wir nicht wesentlich weiter steigern können. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir den Verzicht auf Steuererhöhungen in wirtschaftlich guten Zeiten und die weniger als 40 Prozent Sozialabgaben, dass wir das gesetzlich so festschreiben, dass die Bürgerinnen und Bürger die Garantie haben, dass auch ein Regierungswechsel oder Koalitionswechsel nicht dazu führt, dass die Dinge sich von Grund auf wieder ändern. Und wenn der Unternehmer weiß, er kann damit kalkulieren, dann wird er auch viel freudiger investieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Und das ist das Gleiche, was richtig ist für die Staatsverschuldung und für das öffentliche Defizit. Wir haben in den letzten Jahren dank des jetzigen sächsischen Finanzministers, dank Wolfgang Schäuble, dank Angela Merkel und der CDU und CSU erreicht, dass wir die schwarze Null geschaffen haben und einhalten, wir machen keine neuen Schulden. Und die Schuldenstandsquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach erstmals wieder unter 60 Prozent sinken. Das heißt, wir halten den Vertrag von Maastricht auch in diesem Punkt demnächst wieder ein. Wir haben jedes Jahr einen Haushaltsüberschuss und ich glaube, dass wir uns in die Hand versprechen müssen und dass wir es auch dann auch praktizieren müssen, dass wir in wirtschaftlich guten Zeiten, solange die Wirtschaft wächst, keinesfalls zulassen, dass neue Schulden gemacht werden. Und dass wir dann, wenn die Überschüsse auf Dauer hoch sind, dass wir das dann zu einem erheblichen Teil auch wieder an die zurückgeben, die diese Überschüsse erwirtschaftet haben. Und da lassen Sie mich einen Punkt ansprechen, der mir sehr wichtig ist, weil wir ja tatsächlich auch für Entlastungen gesorgt haben und sorgen werden. Der Soli, der angesprochen worden ist, der im Gegensatz zur landläufigen Meinung ja nicht gebunden ist an die Ausgaben für die neuen Länder, sondern eine Steuereinnahme des Bundes ist, wie andere Steuereinnahmen auch. Den Soli werden wir bis zum Ende dieser Wahlperiode um die Hälfte reduzieren. Was ich persönlich für sehr unglücklich finde, ist, dass wir es in dieser Koalition anders als in der Jamaika-Sondierung nicht durchsetzen konnten, dass er für alle Soli-Zahler reduziert wird. Es gab zwei Möchigkeiten, ein sogenanntes Freibetragsmodell und ein Freigrenzenmodell. In dem einen hätten ungefähr 80 Prozent nichts mehr gezahlt, aber alle anderen werden auch entlastet worden. In dem anderen Modell zahlen ungefähr 90 Prozent gar nichts mehr, aber alle anderen, die darüber sind, das sind die allermeisten Handwerker und Mittelständler und viele Selbstständige, werden von der Entlastung nicht wirklich erfasst. Ich halte das für keine gute Lösung. Wenn man in schlechten Zeiten alle belastet, dann muss man in guten Zeiten auch alle wieder entlasten, zumindest proportional und zumindest so, dass das auch bei den Bürgern ankommt. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten darüber nachdenken müssen, wo bestimmte Entlastungsmaßnahmen Sinn machen. Aber ich werbe auch dafür, dass wir die Überschüsse nutzen, um bestimmte unternehmerische Leitentscheidungen zu unterstützen, zum Beispiel im Bereich der Forschung und der Innovation. Deutschland wird nur so lange vorne mit dabei sein, wie wir unsere industriellen Kerne, unsere Arbeitsplätze, unseren Mittelstand auch dadurch unterstützen, dass wir technologisch und innovativ vorne sind. Das ist der Titel des heutigen Nachmittags und das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute eine Beschleunigung von Innovationsprozessen, von denen die allermeisten keine Vorstellung haben. Auch viele Mittelständler nicht. Weil der Mittelständler in den allerwenigsten Fällen eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat. Weil der Mittelständler in den allerwenigsten Fällen die internationalen Publikationen in diesem Bereich und die Veränderungen überblickt. Er stellt es fest, wenn er sieht, dass seine Produktionsanlage veraltet ist, weil der Konkurrent bereits eine viel modernere und neuere gekauft hat und das in Zyklen, die viel schneller gehen als alles, was wir in der Vergangenheit gewohnt waren. Das hängt zusammen mit der Digitalisierung. Das hängt aber auch zusammen mit dem neuen 3D-Druck. Man muss erst mal darauf kommen. Ich habe in Siemens das Gasturbinenwerk in Moabit besucht und dann haben die mir erklärt, schauen Sie, Herr Altmaier, früher musste der Entwickler, wenn er an seinem Computer ein neues Teil entwickelt hat, designt hat, musste er das dem Gießer oder dem Fräser geben. Der hat dann 14 Tage gebraucht, um es herzustellen. Und dann hat er festgestellt, die Idee war doch nicht so gut und fing von vorne wieder an. Und heute konstruiert er dieses Teil, drückt auf einen Knopf und dann wird es vom 3D-Drucker ausgedruckt. Und dann weiß er innerhalb von Stunden, ob seine Idee gut war oder nicht. Das ist eine reine technische Veränderung, aber sie führt dazu, dass sich Innovationen beschleunigen. Und wir werden erleben, dass wir sogenannte disruptive Veränderungen haben, die auch den Bereich der Industrie und weite Bereiche des produzierenden Gewerbes erfassen, weil wir im Augenblick eine Basis-Innovation durch die flächendeckende Anwendungen von Lösungen der künstlichen Intelligenz erleben. Künstliche Intelligenz heißt, dass der Computer nicht in erster Linie nur optimiert ist, sondern dass er lernen kann. Von seinen eigenen Erfahrungen, von den Erfahrungen anderer Computer, von den Erfahrungen des Internets und dass er durch dieses Lernen ständig besser wird und sie ständig optimiert und zu einer Geschwindigkeit, die weit über das hinausgeht, was ein menschlicher Entwickler leisten könnte. Ich war in Oberhafenhofen, wo das Deutsche Luft- und Raumfahrtinstitut seine Forschungseinrichtung hat für Robotik und die haben mir dort bestätigt, dass wir im Augenblick erleben, dass die Innovationspotenziale sich in einem Ausmaß vergrößern, wie man es viele Jahre nicht für möglich gehalten hätte. Das bedeutet, wir werden einen enormen Produktivitätsfortschritt erleben durch autonomes Fahren, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der medizinischen Diagnostik, in der Produktion. Wir werden Massenproduktion erleben mit Losgröße 1. Und all das wird dazu führen, dass 40 Prozent, in manchen Unternehmen 50 Prozent Innovationspotenzial in den nächsten 10, 15 Jahren ohne weiteres erschlossen wird und wer sie nicht erschließt wird, wenn er im Export tätig ist, und das sind immerhin gerade hier in den neuen Bundesländern 41 Prozent in der Industrie, dann wird er erleben, dass er gegenüber anderen, die sich diesem Prozess stellen, ins Hintertreffen gerät. Also müssen wir dafür sorgen, dass der Prozess vorangeht. Und da sage ich, da gibt es Entwicklungen, die die Marktwirtschaft alleine nicht leisten kann. Das wusste schon Franz Josef Strauß. Denn wenn wir die Entwicklung so laufen lassen, dann werden die alten Arbeitsplätze in Europa wegfallen. Und die neuen Arbeitsplätze, die genauso zahlreich wieder entstehen werden, vielleicht noch zahlreicher, die werden in China und in Korea und in den USA neu entstehen. Und das ist anders im Vergleich zu früheren Innovationszyklen. Als wir die Dampfmaschine erfunden haben und die Segelschiffe durch Dampfschiffe ersetzt wurden, da haben zwar die alten Werften alle Konkurs angemeldet, aber die neuen Werften sind dort entstanden, wo die alten Werften waren. Als wir damals die Pferdefuhrwerke durch Automobile ersetzt haben, haben die Produzenten von Kutschen Konkurs angemeldet, aber die neuen Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sind in Frankreich, Deutschland, Italien dort entstanden, wo früher die alten Arbeitsplätze waren. In den 60er und 70er Jahren war es zum ersten Mal anders. Da ist die Unterhaltungsindustrie durch den Übergang von Röhren zu Transistortechnologie, hat einen Quantensprung gemacht und hat eine disruptive Innovation erfahren mit dem Ergebnis, dass sie seither nicht mehr in Deutschland zu Hause ist. Firmen wie Grundig haben damals Insolvenz angemeldet, sondern dass sie zu Hause ist in Japan und in Südkorea und dort ist sie bis heute zu Hause, weil sie ihren Innovationsvorsprung verteidigt haben und wir haben diesen Rückstand nie wieder aufgeholt. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir in diesen hoch innovativen Bereichen vorne mit dabei sind. Das ist nicht so einfach, weil es eben nicht alles klassische Maschinenbau- und Industriebereiche sind, sondern es gibt viele Grenzfälle, wo sozusagen klassische Technologie kombiniert wird mit modernster digitaler Technik. Aber wenn es stimmt, dass in wenigen Jahren unsere Autos oder ein großer Teil unserer Autos mit Elektrobatterien fährt und außerdem autonom fährt, das heißt in der Stufe 5 des autonomen Fahrens, dass der Fahrer sich einen Film anschauen kann oder ein Nickerchen machen kann. Das Auto bringt ihn sicher von A nach B. Wenn das so ist, dann wird die Wertschöpfung dieses Autos zu etwa 30% der Batterie gehören und zu etwa 30% der digitalen Plattformen, die das autonome Fahren ermöglicht. Und wenn die Batterie aus Asien kommt und die digitale Plattform aus den USA, von Google oder von Amazon und dann werden wir uns wundern, dass wir uns dann mit der Wertschöpfung von 40%, die übrig bleiben, begnügen und darüber streiten, wer die Windschutzscheiben bauen darf und die Bremsen und vielleicht die Polstersitze im Auto. Das ist nicht die Vorstellung, die ich habe vom Autoland Deutschland. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich weiß, da sitzen Mittelständler, aber ich sage Ihnen das, die Fond du mon coeur, vom Grunde meines Herzens, so sehr ich mich ärgere über Fehlentscheidungen, die getroffen worden sind in der Automobilindustrie, über Betrügereien, die es gegeben hat, über Schummeleien, die es gegeben hat, über falsche Testzyklen und vieles andere mehr. So sehr ich mich darüber ärgere. Aber wir haben ein nationales politisches Interesse daran, dass die deutsche Automobilindustrie nicht einer internationalen Konkurrenz zum Opfer fällt, nur weil wir es nicht schaffen, die hochmodernen, innovativen Techniken und Prozesse in Deutschland nutzbar und anwendbar zu machen. Und deshalb ist es gerade, wenn wir die Marktwirtschaft erhalten wollen, unsere Aufgabe, dass wir dafür sorgen, dass eine Innovation, die von dieser Industrie selbst nicht geleistet wird, von anderen geleistet werden kann und dass sie in Deutschland geschieht. Wir haben heute in Deutschland weltweit die führenden Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber Eric Schmidt von Google hat mir bereits vor Jahren erzählt, dass Google 60 Prozent dieser Forscher weltweit unter Vertrag hat. Viele Professoren, auch in Sachsen, in Dresden und anderswo, Professoren im Saarland und anderswo haben Verträge bei Google. Viele Unternehmen, junge Start-ups, die zeigen, dass sie etwas können und die dann einen Wert haben von 60, 70, 80 Millionen Euro, werden von Google aufgekauft oder von Amazon, entweder damit sie ihre gefährlichen Ideen nicht weiterentwickeln und Erfolg haben und Konkurrenten werden können oder aber, weil die Ideen gut sind und ins Geschäftsmodell von Google integriert werden. Und deshalb müssen wir überlegen, wie wir dem gegensteuern können und wie wir erreichen können, dass die PS auf die Straße kommt. Wenn ich Ihnen ein einziges Beispiel nennen darf, wir haben in Deutschland das Unternehmen, ein junges Unternehmen, das die weltweit beste maschinelle Übersetzung mit künstlicher Intelligenz für die großen Sprachen ermöglicht. Das können Sie im Internet ausprobieren, da können Sie die drolligsten Sachen eingeben, die finden das. Ich habe dann eingegeben, ich habe soeben meinen Ehemann, I've got my husband, um die Ecke, around the corner, gebracht. In dem Moment schaltet er um in einer Bruchteil von Sekunde, I killed my husband. Und das hat er nicht gewusst, weil es programmiert war, sondern weil er es im Internet entdeckt hat, dass dies genau so übersetzt wird und damit ist dieses System allen anderen überlegen. In Lettland gibt es ein Unternehmen, das das weltweit beste maschinelle Übersetzung mit künstlicher Intelligenz für die kleinen Sprachen hat. Und in Siemens und Siemens in München hat mir gesagt, ja, das nutzt Ihnen alles nichts, Sie haben diese technischen Dokumentationen für die Turbinen und für die Generatoren und für die Züge, das sind Zehntausende von Seiten, also haben Sie ein kleines Start-up, das sich damit beschäftigt, wie man diese Dinge automatisiert übersetzen kann. Da habe ich gesagt, so, und jetzt sage ich euch, was passiert. Wir haben drei exzellente Entwicklungen in der Europäischen Union, davon zwei in Deutschland. Und in fünf Jahren hat Google vermutlich alle drei aufgekauft und führt es zusammen zu einer großen Übersetzung, die auf jedem Handy, in jedem Computer installiert ist, auf jedem Konferenz, die steht, setzen es kommerziell um und am Ende haben alle, die das nachsehen, die das in Deutschland gefördert haben, weil Google ein Akteur ist, der so etwas kann und der so etwas macht. Und deshalb, ich kann es nicht verstehen, wenn einige aus ideologischen Gründen sagen, wir müssen diese Konzerne bekämpfen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass Wettbewerb entsteht, wir müssen dafür sorgen, dass wir selber besser werden und wir müssen dafür sorgen, dass die Dinge mittelständischen Unternehmen zugute kommen. Leistung muss sich lohnen. Ja, und das ist etwas, was zum einen damit zu tun hat, wie viel bleibt am Ende des Monats übrig. Dazu habe ich eben schon etwas gesagt. Da bin ich auf Ihrer Seite. Und was die Körperschaftssteuer angeht, selbstverständlich. Wir haben in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass wir das sehr genau beobachten werden. Wir haben kein Interesse daran, dass wir weltweit einen Körperschaftssteuer-Wettlauf haben, der am Ende dazu führt, dass es überall Null ist. Dann hat nämlich keiner mehr was davon. Aber wir haben ein Interesse daran, dass wir nicht unter die Räder kommen und dass sich die Ausgangssituation für die deutsche Wirtschaft nicht verschlechtert. Und deshalb bin ich im Gespräch, auch mit BDA und mit BDI, dass wir eben auch klären, was wir an der Körperschaftssteuer ändern müssen. Nicht nur die Steuersätze, sondern ändern müssen, dass wir wettbewerbsfähiger werden, dass Unternehmen ihr Geld nicht in die USA verlagern, sondern wieder nach Deutschland zurück verlagern und dass wir ein System bekommen, das modern ist und das funktioniert. Und dazu gehört auch, dass wir eine europäische Annäherung der Körperschaftssteuer brauchen. Ich habe überhaupt nichts gegen Wettbewerb, auch bei Steuern. Wenn es dann aber passiert, dass Apple nur deshalb seine Europazentrale nach Irland verlegt, weil sie dort mit der Regierung Vereinbarungen getroffen haben, die zudem noch EU-rechtswidrig sind, die dazu führen, dass sie praktisch keine Steuern mehr zahlen, dann ist das kein Wettbewerb, sondern das ist zum Schaden aller anderen EU-Länder in Europa. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass ein Level-Playing-Field entsteht und dass Unternehmen in Deutschland im Vergleich zu anderen nicht benachteiligt werden. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben sehr viel vor uns. Und ich bin der Auffassung, dass wir diese Herausforderung am besten mit der Marktwirtschaft lösen können. Ich bin auch jemand, der mit Sanktionen sehr vorsichtig ist. Aber wenn sie einmal erlassen worden sind, dann soll man sie auch nicht sofort wieder aufheben, ohne dass sie das Ziel erreicht haben. Aber, und das kann ich Ihnen sagen, was Russland angeht, liebe Frau Hartmann, es ist auch in Zukunft gewollt, dass wir die Handelsbeziehungen entwickeln und ausbauen. Ich war im Mai diesen Jahres in Moskau, ich habe mit dem Ministerpräsidenten gesprochen, mit dem Handelsminister, mit dem Industrieminister, mit dem Wirtschaftsminister, mit deutschen Unternehmern, die in Moskau aktiv sind. Ich werde jetzt im Oktober oder November erneut nach Moskau reisen und ich kann Ihnen sagen, wir müssen dafür sorgen, dass der osteuropäische Wirtschaftsraum, darunter verstehe ich die Ukraine und Weißrussland, darunter verstehe ich Russland selbst und viele andere Staaten in der Region, dass dieser Wirtschaftsraum wieder eine Wachstumsdynamik entfaltet. Das ist auch im Interesse der neuen Bundesländer. Obwohl wir 25 Jahre, obwohl wir demnächst 30 Jahre Wiedervereinigung feiern werden und stolz sind auf das, was an Veränderungen möglich war. Es ist trotzdem immer noch so, dass viele alte Beziehungen in diese Richtung entstehen. Und wir haben ein Interesse daran, dass Wachstumsmöglichkeiten eröffnet werden. Die Ukraine hat ein Wirtschaftswachstum von 2 bis 3 Prozent. Dafür, dass sie das ärmste Land in Europa sind, sind das viel zu niedrige Zahlen. Und für die, die in der Energiebranche aktiv sind, nur mal als Beispiel. Mir ist gesagt worden, als ich dort war und mit Herrn Poroschenko geredet habe, dass in 80 Prozent der staatlichen Wohnungen, und fast alle Wohnungen sind staatlich und sind in den 70er, 60er, 50er, 80er Jahren gebaut worden, gibt es keine Heizung, die man mit einem Ventil regeln kann. Da gibt es sogenannte Strangheizungen. Das Wasser fließt in die erste Wohnung, fließt durch alle Heizkörper. Und wenn man dann findet, es ist zu warm in der Wohnung, öffnet man das Fenster und reguliert auf diese Art und Weise die Temperatur. Was könnten wir an CO2 einsparen, wenn wir nicht immer nur noch darüber nachdenken könnten, wie wir im Baurecht vielleicht noch 1 Prozent herausholen, sondern auch mal darüber nachdenken könnten, wie man in Russland, in der Ukraine, in Weißrussland erreichen kann, dass Standards eingeführt werden, die dem, was wir in Europa kennen, wenigstens annäherungsweise entsprechen. Was könnten wir erreichen, wenn wir jungen, mittelständischen Unternehmen diese Märkte eröffnen würden? Es gibt viele Bereiche, die nicht von den Sanktionen erfasst sind und ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass wir dort einen neuen Anfang wagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben also einiges vor uns. Wir müssen den Mittelstand stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass Planungssicherheit für die nächsten Jahre entsteht. Wir haben im Übrigen erreicht, dass bei der Energiewende der Ausbau erneuerbarer Energien wesentlich günstiger ist, aber wir müssen dafür sorgen, dass es auch in Zukunft nicht wieder zu neuen Kostensteigerungen kommt. Und wir haben eine besondere Verantwortung für die neuen Bundesländer. Wenn wir uns anschauen, wie die Wachstumszahlen sind, dann sind sie eindrucksvoll. Gerade hier in Sachsen, gerade in Leipzig und in Dresden. Aber das Wachstum ist immer noch so, dass es nicht ausreicht, den Aufholprozess innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten zum Erfolg zu bringen. Was nutzt mir ein Wachstum von 4 oder 5 Prozent in Dresden, was Bevölkerung und Wirtschaftsleistung angeht, wenn in Münster oder in Düsseldorf das Wachstum 10 Prozent beträgt? Was nutzt mir ein Wachstum von 3 Prozent in Kroatien, wenn das Wachstum in Deutschland 2 Prozent beträgt und aufgrund des unterschiedlichen Niveaus der Abstand größer und nicht kleiner wird? Und deshalb müssen wir auch darüber reden, was sich in den neuen Ländern ändern muss. Und ein guter Anlass ist die Tätigkeit der Strukturwandelkommission, die wir eingesetzt haben, weil wir alle wissen, dass es im Bereich der Energieerzeugung einen weiteren Wandel geben wird. Nicht von heute auf morgen und nicht, wie manche Grünen sich das vorstellen, über Nacht, aber doch über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Wir haben, als ich in den Deutschen Bundestag kam, gab es im Saarland noch drei Steinkohlegruben. Und die Beschäftigten waren zu Zehntausenden. Und sie haben demonstriert für die Zukunft ihrer Steinkohlebergwerke. Und heute sind sie alle geschlossen, und zwar schon seit sechs Jahren. Und in dieser Woche ist das letzte deutsche Steinkohlenbergwerk in Ibenbüren, wo noch Saarländer arbeiten, weil sie dorthin ausgelagert und ausgeliehen wurden, ebenfalls geschlossen wurden. Wir produzieren keine Steinkohle mehr. Und deshalb werden wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, was geschieht denn, wenn wir weniger Steinkohle verstromen und wenn wir weniger Braunkohle produzieren und verstromen. Im Rahmen einer Energiewende, wo Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit und Umweltschutz gleichrangig nebeneinander stehen. Und da sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, da wird es mit dem Bau von einigen Straßen nicht gemacht sein. Wir sind hier in den neuen Ländern auch deshalb in einer großen Verantwortung, weil die Frage des Erhalts von Arbeitsplätzen gleichzusetzen ist mit der Frage des Erhalts von Perspektiven von ganzen Regionen. Und weil Dresden und Leipzig eben nicht repräsentativ sind für die ganzen neuen Länder, sondern wenn sie nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, wenn sie nach Weißwasser gehen, in der Nähe von Cottbus, wenn sie in andere Regionen gehen, dann sehen Sie, dass dort der Aufschwung und der Anschluss noch weit entfernt sind. Und deshalb haben wir eine Verantwortung. Ich habe heute mit den Betriebsräten der IG Metall ein paar Hotels weiter intensiv darüber diskutiert, wie wir diesen Strukturwandel ins Werk setzen. Und lieber Kollege, wir werden auch darüber noch mit dem Michael Gretschmer diskutieren und mit allen anderen. Ich bin der Auffassung, erstens, wir müssen das schaffen, was wir im Steinkohlebergbau auch geleistet haben. Es darf keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das müssen wir uns zutrauen. Zweitens, die neuen Arbeitsplätze müssen da sein, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen. Drittens, wir müssen für jede betroffene Region eine komplette Strategie schreiben, die dazu führt, dass die Region auch weiß, was auf sie zukommt und wie man das so bewältigt, dass am Ende bessere Arbeitsplätze da sind als vorher. Und wenn Sie sagen, das ist doch gar nicht möglich, das wird nicht gelingen, dann sage ich Ihnen, von Bayern lernen heißt siegen lernen. Und ich war tief beeindruckt, als der Horst Seehofer mir geschildert hat, wie im Bayerischen Wald die Arbeitslosigkeit bei 30 Prozent lag, viele Jahrzehnte lang. Und es hat sich nichts geändert, weil alle in der Landwirtschaft waren, alle in der Forstwirtschaft waren, alle im Winter entlassen wurden und im Sommer wieder eingestellt wurden. Und dann hat die Regierung irgendwann gesagt, wir bringen jetzt nicht die Menschen zur Arbeit, also noch nach München und nach Augsburg und nach Nürnberg, sondern wir bringen die Arbeit zu den Menschen. Dann haben sie angefangen, Konzepte zu machen und ein Teil dieses Konzeptes war, dass sie staatliche Behörden, Schulen, Fachhochschulen, Geschäftsbereichsbehörden in den strukturschwachen Gebieten angesiedelt haben. Natürlich können Sie eine Fachhochschule mit 600 Studenten nicht in ein Dorf von 200 Einwohnern geben. Aber es gibt auch in den strukturschwachen Regionen Mittelzentren, die ausstrahlen auf die gesamte Region. Und wenn wir es schaffen, dann für jede dieser Regionen, die vom Strukturwandel betroffen sind, ein Konzept zu definieren, wo wir sagen, auf welchen Bereich konzentrieren wir uns denn? Wollen wir es im Bereich der Batteriezellfertigung, industrielle Produktion, dann macht es vielleicht Sinn, auch ein Fraunhofer-Institut über Speichertechnologien dort anzusiedeln. Dann macht es vielleicht Sinn, eine Fachhochschule zur Energiewirtschaft anzusiedeln. Dann macht es Sinn, Start-ups anzusiedeln, die in diesem Bereich forschen und entwickeln. Und dann können Cluster entstehen, wo dann weitere Arbeitsplätze sich ansiedeln und plötzlich eine Entwicklung beginnt, die sich selber trägt, so wie das im Bayerischen Wald der Fall war. Das ist nicht einfach. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits vor 30 Jahren entschieden, dass der Bund seiner bündischen Verpflichtung gegenüber den ärmeren Ländern gerecht werden kann, indem er Bundesbehörden dort ansiedelt. Wissen Sie, wenn ich mit den Kollegen in den Ressorts spreche, jeder hat einen anderen Grund, es nicht zu tun. Und jeder sagt, das ist im Prinzip ja richtig, ja bitte nicht mit meiner Behörde. Und deshalb werden wir da wirklich liefern und beweisen müssen, dass wir imstande sind, Strukturpolitik so zu machen, dass Marktwirtschaft anschließend erst möglich wird. Das ist das Ziel, vor dem wir stehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben, Sie haben so, wie Sie hier sitzen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten Großartiges geleistet. Ich war vor einigen Jahren Gastredner in Auerbachs Keller in Leipzig, da war ich noch Umweltminister, da ist ein ähnliches Jubiläum gefeiert worden und von einem, entweder war es der Wirtschaftsrat oder es war ein Industrieverband, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich mich hier umschaue, nicht nur in der Stadt Leipzig, nicht nur in Dresden, sondern auch in vielen anderen Bereichen in Sachsen. Was hier entstanden ist, an Neuem, was hier entstanden ist, an Hoffnung und an Aufbruch, dann ist das eine Leistung, die weniger vom Staat als vielmehr von vielen Einzelnen geleistet wurde. Von solchen, die von hier kommen und die ihr Schicksal in die eigene Hand genommen haben, von solchen, die aus den alten Bundesländern kamen, weil sie der Meinung waren, sie wollen einen Beitrag zum Aufbau Ost leisten. Und alle zusammen haben etwas Genuin Neues geschaffen. Und ich behaupte, dass das Verständnis für die Marktwirtschaft heute in den neuen Ländern und in Sachsen wahrscheinlich größer ist als in Teilen der alten Länder, wo man satt und selbstzufrieden geworden ist. Und das ist eine Chance für Deutschland insgesamt. Wir werden unsere Zukunft nur bewältigen und gestalten können. Wir werden ein hervorragendes Bildungssystem, einen hervorragenden Umweltschutz, eine öffentliche Infrastruktur, ein Gesundheitswesen, das den höchsten Ansprüchen genügt, nur dann finanzieren und aufrechterhalten können, wenn wir Wirtschaftswachstum haben, wenn Profite möglich sind, wenn Gewinne gemacht werden, wenn Steuern gezahlt werden. Dafür brauchen wir Sie alle. Herzlichen Dank dafür, dass Sie hier sind. Und ich freue mich, Sie auch weiterhin in meiner Funktion unterstützen zu können, so gut ich das kann, mit vollem Herzen und mit vollem Engagement. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.